Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werden wir euch mitnehmen, wie unser Alltag so aussieht. Ich habe mich schon mal fertig gemacht. Ich werde gleich Jeren Zähne putzen, Gesicht waschen und sie eincremen. Ich werde euch dann mitnehmen. Der Ogin schläft noch, er wird auch lange noch schlafen, weil er geht in der Nacht immer um drei, vier ins Bett. Deswegen schläft er auch so lange. Ansonsten werden wir später mit Jeren kurz einkaufen fahren. Und wir fahren heute gemeinsam zu meiner Schwester. Sie hat vor ein paar Tagen entbunden. Ich wurde vierfache Tante. Ich freue mich auch so sehr. Und ja, das war es auch schon. Sonst sind wir eigentlich den ganzen Tag sonst daheim. Schaut mal, was Jeren gerade für ein Chaos anrichtet. Das liebt sie, ihre ganzen Windeln aus der Schublade rausholen. Jeren. 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 Untertitelung. BR 2018 Ich werde jetzt Jerens Frühstück vorbereiten, bevor wir einkaufen fahren. Sie kriegt heute Brot, Tomate, Schafskäse und ich mache ihr noch ein Ei. Ich werde das jetzt hier zerkleinern, aber jetzt nicht so püreeartig, damit sie auch das Kauen lernt. Es werden dann noch so kleine Stückchen dabei sein. Sobald sie dann gegessen hat, wie gesagt, werden wir uns schnell anziehen und dann geht es los zum Einkaufen. So, wir sind jetzt im Aldi angekommen. Wir hätten auch ruhig zu Fuß kommen können. Das Wetter ist so schön. Ich habe gerade geschaut, 14 Grad. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir werden jetzt aussteigen. Ein Kurs an. Ja, dann hat sie keine Lust mehr. Ah, sie ist auch sehr müde. Genau. Und dann sehen wir uns gleich bei Aldi. Wir sind jetzt bei Rossmann, bei der Spieleabteilung. So, wir sind jetzt daheim angekommen. Ich zeige euch ganz schnell, was ich gekauft habe. Ist auch nicht viel. Einmal Tomaten, Erzbeeren, Himbeeren, Zucchini, Joghurt, Kaffee für den Ogyn. Ich trinke keinen Kaffee. Ich mag das irgendwie gar nicht. Er ist derjenige, der immer Kaffee trinkt. Dann habe ich Bananen, Essig, frische Milch, Eier, Spargel, Champignons. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, Zucchini. Dann habe ich noch so Holzpuzzle für sie gekauft. Und noch so ein Steckspiel ab 12 Monaten. Dann noch Avocado für Jeren für den Mittagsessen. Ich werde ihr heute Avocado mit Kartoffelbrei machen. Das hat sie auch sehr gern. Ich mache das immer so, dass ich für zwei Tage koche. Also kann sie es am nächsten Tag nochmal essen. Ansonsten waren wir ja danach noch beim Rossmann. Und da habe ich ihr ein paar Quetsches gekauft. Die sind ganz praktisch für unterwegs. Genau. Jeren und Ogyn schlafen. Ich mache mir jetzt was zu essen. Und dann sehen wir uns später nochmal. Warte mal, wir haben diesen Fahrradanhänger gekauft vor ein paar Tagen. Jetzt haben wir den zusammengebaut. Und unsere Fahrräder haben wir auch schon. Bloß die müssen wir morgen abholen. Ich freue mich schon so sehr. Und das Wetter wird jetzt auch immer besser. Ich bin so begeistert. Das ist jetzt dann für zwei Kinderkammern zu verwenden. So, von innen schaut das so aus. Schaut mal, hier gibt es zwei kleine Taschen. Von hinten, das finde ich auch sehr praktisch. Wenn wir zum Beispiel einkaufen oder so fahren, haben wir hier einen Riesenplatz. Guck mal. Da kann ich so viele Sachen reintun. Und muss nicht mal unbedingt Einkaufssachen sein. Kann auch eine große Tasche rein. Und hier ist noch so ein Regenschutz, damit sie nicht nass wird. Und noch so ein, wie sagt man, das Netzgitter. Oder wie sagt man das? Ja, irgendwie so, also Insekten- oder Fliegengitter. Ich weiß jetzt nicht, wie man das genau nennt. Dann ist sie auch geschützt. Und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, wenn es mal regnet. Also sehr praktisch. Wir sind sehr zufrieden. Man kann es entweder schieben, wie so ein Kinderwagen. Oder halt am Fahrrad dran machen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu meiner Schwester. Ja, das ist ein Bier. Ja, das ist zu machen, wenn ich ihn Papa habe. Ja, das ist zu machen. Ja, das ist zu machen. Ja, das ist zu machen. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ich habe bei meiner Schwester nicht mehr weiter gefilmt. Ceren schläft schon, Ogun ist unterwegs und ich werde das Video hier beenden. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar und vergisst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Ihr könnt uns gerne auch noch auf Instagram folgen. Den Link haben wir in der Infobox verlinkt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.